Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich möchte dieses Video eigentlich schon ewig machen. Ich möchte schon ewig über das Thema Audie HS bzw. Audie HD sprechen, aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt lange davor gescheut und es wird auch nicht bei diesem einen Video bleiben können. Denn aus meiner Sicht gibt es so viel zu diesem Thema zu sagen und ich möchte gerne wirklich da auch ins Detail gehen, so dass ich mir gedacht habe, ich mache heute einfach mal ein Video, wo ich wirklich über meine Erfahrung spreche, hauptsächlich oder so gut wie nur möglich und nicht irgendwie versuche, Anspruch darauf zu erheben, dass die Sachen, die ich erlebe, irgendwie bei allen so sein müssten. Und dann möchte ich nochmal gerne ein Video machen, wo ich allgemein sage, wie lässt sich vielleicht Autismus und ADHS, wie lässt sich das beides voneinander differenzieren? Wie lässt sich sagen, ist es wirklich die Kombination oder ist es vielleicht doch irgendwas anderes? Auch da, wie immer, ich habe keine medizinische Ausbildung. Ich möchte nicht behaupten, dass ich da irgendwie ärztliche Tipps geben könnte oder diagnostische Tipps. Aber ich habe mich nun mal sehr viel mit den Themen beschäftigt und einiges kann ich natürlich eben auch von mir selber sagen, von den Menschen, die ich so kenne. Und ich weiß, dass super viele sich diese Fragen stellen, so zum Beispiel Leute jetzt mit ADHS, die sich fragen, bin ich vielleicht auch autistisch zusätzlich oder umgekehrt? Und einige haben mich auch schon gefragt, ob ich mal ein Video zu dem Thema machen kann. Und ja, hier bin ich. Und ich möchte hier einmal über meine Erfahrung sprechen. Über meine Erfahrung mit der Kombi Autismus-ADHS, die ja nun mal sehr häufig anzutreffen ist. Und weswegen ich es auch so wichtig finde, darüber ein Video zu machen, weil es einfach sehr viele betrifft. Und weil diese Kombination einfach auch nochmal ganz anders sein kann als nur Autismus oder nur ADHS. Und ich habe das Gefühl, im Deutschsprachigen gibt es dazu auch schon einige Sachen, die ich finden konnte, aber noch nicht ganz so viel. Deswegen möchte ich hiermit jetzt einen Beitrag liefern. Ich habe bewusst bisher keine Videos gemacht, wo ich grundsätzlich ADHS erkläre oder grundsätzlich Autismus. Auch einfach, weil ich denke, es gibt dazu mittlerweile eigentlich viel Content. Und es ist für mich auch sehr schwierig, da meinem Anspruch, sag ich mal, gerecht zu werden, glaube ich. Weil ich dann möglichst das natürlich auch alles richtig sagen möchte, mit guten Quellen belegen möchte. Und es ist einfach viel Arbeit. Ich habe mein Wissen, was ich habe, einfach über Jahre gesammelt. Und es ist einfach schwierig, das mal eben in einem Video so komprimiert darzustellen. Deswegen habe ich das bisher auch nicht gemacht. Aber ich möchte jetzt doch einmal bei ADHS das Ganze versuchen. Wie gesagt, heute in dem Video spreche ich vor allem über meine Erfahrungen. Und in einem weiteren Video werde ich dann versuchen, generell das Ganze nochmal so ein bisschen aufzubröseln, zu schauen. Okay, was ist jetzt häufig typisch ADHS? Oder wo lässt sich sagen, okay, das ist eigentlich eher nur typisch autistisch oder typisch ADHS? Oder vielleicht irgendwie eine ganz andere Kombination? Denn die meisten Menschen, die jetzt autistisch sind oder auch ADHS haben, haben einfach häufig Komorbiditäten wie Angststörungen, Depressionen, Zwangsstörungen und vieles mehr. Und da kann es einfach sein, dass das Ganze ein bisschen schwer zu durchblicken ist, dass sich viele Symptome und Traits auch einfach überlappen. Oder teilweise auch im Gegenteil eher so ein bisschen gegenseitig überschatten, sag ich mal. Deswegen ist es auch einfach super schwierig. Und es ist auch in der Diagnostik nicht unbedingt leicht. Deswegen will ich mir jetzt auch gar nicht anmaßen, dass ich das hier perfekt darstellen könnte. Ich orientiere mich einfach nur mal so an dem, was ich so erlebe und wie es sich für mich anfühlt. Grundsätzlich lässt sich sagen, von den Diagnose-Kriterien her sind Autismus und ADHS ja schon sehr unterschiedlich. Sodass es auf den ersten Blick so erscheint, dass es sich eigentlich sehr, sehr gut voneinander differenzieren lässt. Dass ich eigentlich super leicht sagen lassen müsste, ja, das bei mir ist jetzt typisch ADHS, das bei mir ist jetzt typisch Autismus. Und dass ich eigentlich das super gut gegenüberstellen könnte und sagen könnte, wo merke ich was. In der Realität ist das aber häufig ganz anders. Denn es gibt sehr, sehr vieles, was auf den ersten Blick sehr ähnlich aussieht. Wo die Ursache für eine Verhaltensweise zum Beispiel aber häufig ganz grundlegend anders ist. Und deswegen ist es manchmal sowieso schon nicht so leicht, beides so gut auseinanderzuhalten. Und wenn dann halt die Kombi vorliegt, ist es halt eben zum Beispiel für mich jetzt auch nicht immer leicht zu sagen, was kommt jetzt genau woher. Ja, ich habe ja auch zudem noch Komorbiditäten, die auch nochmal stark reinspielen. Zum Beispiel auch beim Thema Dyspraxie. Da habe ich in meinem Dyspraxie-Video auch schon erzählt, dass einige Sachen mit Dyspraxie zum Beispiel auch sehr ähnlich sind zu ADHS. Und auch da, bei dem, was ich sagen werde, werde ich jetzt aus meiner Erfahrung sprechen. Und ich möchte keine Gewähr dafür geben, dass es wirklich alles, also das eine jetzt wirklich unbedingt explizit von ADHS kommt. Oder das andere explizit von Autismus. Und ich glaube, so genau lässt sich das auch gar nicht immer sagen, denn ich habe ja nun mal nur ein Gehirn und es ist irgendwie alles da. Aber es gibt jetzt nicht so diesen einen Bereich, der jetzt irgendwie nur für ADHS zuständig wäre und der andere Bereich, der jetzt irgendwie, wo jetzt mein gesamter Autismus irgendwie drin enthalten wäre. Sondern es ist einfach ein großes, komplexes Gehirn plus dazu kommen Sachen wie Erziehung, wie man aufwächst, Sozialisierung, Lebenserfahrungen. Ich werde mein Bestes jetzt versuchen. So, was meine ich erstmal damit, dass beides ähnlich aussehen kann? Weil wie gesagt, die Diagnose-Kriterien sind ja eigentlich schon sehr unterschiedlich. ADHS ist eher so dieses Unaufmerksame, vielleicht auch teilweise Vergessliche, Hyperaktive teilweise, Impulsive etc. Und Autismus auf der anderen Seite ist mehr so Hang zu Gleichbleibenden, Vorliebe oder auch teilweise Notwendigkeit von Routinen, Vorhersehbarkeit, Schwierigkeiten in der sozialen Kommunikation, Interaktion, repetitive Verhaltensweisen, allgemein, Stimming etc. Wo ist das denn jetzt bitte schön ähnlich? Wenn ich Videos schaue, wo Leute darüber sprechen, fällt mir auf, dass manchmal Gegenüberstellungen gemacht werden, die zum Beispiel jetzt erstmal sehr simplifiziert in einem Short oder TikTok dargestellt werden, wo ich grundsätzlich auch zustimmen kann, wo ich aber manchmal ein bisschen vorsichtig sein möchte, weil häufig bei ADHS Punkte aufgelistet sind, die allgemein sehr auf exekutive Dysfunktion beschränkt sind. Und ja, exekutive Dysfunktion ist ein großer Teil von ADHS, aber es kann auch genauso zum Beispiel auch Teil von Autismus sein, wobei sich exekutive Dysfunktion da auch manchmal anders zeigt als bei ADHS. Und es kann aber auch Teil von Depressionen oder anderem sein. Also das ist jetzt nicht ausschließlich nur bei ADHS so. Deswegen bin ich einfach so, ich tue mich sehr schwer mit so einer Gegenüberstellung, weil es manchmal doch sehr, sehr schwammig wird. Aber was ich sagen kann, meine Lebensrealität, wenn ich mich mit anderen Leuten austausche, da merke ich schon sehr stark, das, was ich erlebe, was sich damit zeigt, ist doch schon meistens sehr unterschiedlich von der Lebensrealität rein autistischer, Menschen oder von der Lebensrealität von Menschen, die reines ADHS haben, weil ich einfach gewisse Gegensätze in mir habe, weil ich beides kenne, aber beides sich doch nochmal auch irgendwie anders zeigt, als wenn ich jetzt nur autistisch wäre oder nur ADHS hätte. Deswegen gibt es ja auch den Begriff ADHS, weil es gefühlt halt wirklich so eine Art nochmal eigener Neurotyp ist, der auch nochmal so ein eigenes großes Spektrum hat letztendlich, aber wo doch die Lebensrealität häufig nochmal ganz anders ist, als wenn halt nur eins von beiden vorliegt. Was ich bei mir ganz stark merke, ist zum Beispiel dieser Gegensatz Hang zu Gleichbleibenden und dass ich diese Routine haben möchte, dass ich eine Vorhersehbarkeit haben möchte, wissen möchte, was auf mich zukommt, mich auf alles einstellen können möchte oder beziehungsweise das auch brauche und das auch muss, weil das sonst alles überfordernd für mich wird, chaotisch für mich wird und mich unglaublich stark stresst und aus der Bahn werfen kann. Gleichzeitig ist es aber auch schon so, dass ich auch sehr impulsiv sein kann, dass ich auch mal sehr spontan sein möchte, dass ich mich manchmal von zu viel gleichbleibender Struktur auch irgendwie gefangen fühle und dann auch manchmal ausbrechen möchte. Und das ist etwas, was manchmal auch sehr schwierig sein kann, wo ich merke, hey, wenn ich manchmal spontan bin, dann mache ich das in dem Moment, weil ich es brauche, aber ich merke dann auch hinterher, dass es vielleicht zu viel war. Oder dass ich mich dann doch plötzlich völlig aufgeschmissen fühle, wo ich vermute, dass Menschen, die jetzt nur ADHS haben, das vielleicht nicht so stark empfinden, weil sie grundsätzlich vielleicht öfter spontan, impulsiv sind und weniger das Gefühl haben, sie müssen sich etwas festhalten können, sie müssen irgendwie etwas Gleichbleibendes um sich haben können oder dass sie sogar eventuell richtige Zusammenbrüche bekommen, wenn etwas mal nicht so ist, wie es eigentlich vorher ist. Das können manchmal vielleicht auch schon vermeintliche Kleinigkeiten sein. Ich vermute, dass das bei ADHS vermutlich nicht so stark ist. Es ist zumindest etwas, was eigentlich nicht zu ADHS gehört. Und das merke ich eben bei mir ganz stark, dass ich das eben so habe. Für mich war es zum Beispiel auch in der Grundschule schon schwierig, wenn es neue Sitzordnungen gab. Und es gab nicht nur die neue Sitzordnung an sich, sondern ich saß zum Beispiel plötzlich an einem anderen Tisch, auf einem anderen Stuhl. Das war für mich damals etwas, was für mich schon extrem schwierig war, weil ich eigentlich gerne an demselben Tisch sitzen bleiben wollte und auf demselben Stuhl. Ich hatte mich daran gewöhnt, ich kannte den Anblick, ich kannte die Muster, die ich in diesem Holz gesehen habe. Und es war für mich extrem schwierig, mich auf einen neuen Tisch und Stuhl einzustellen. Das ist zum Beispiel etwas, was eher so, ich sag mal, eher wahrscheinlich für Autismus spricht, als jetzt zum Beispiel für ADHS. Da merke ich zum Beispiel diese verschiedenen Pole sehr stark. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass bei mir grundsätzlich, dass der Hang zu Gleichbleibenden deutlich stärker ausgeprägt ist, als spontan sein wollen. Da ist bei mir dann eher, bei ADHS hatte dann eher eine gewisse Impulsivität vorhanden. Bei ADHS kann es auch sein, dass eine Vorliebe für Struktur da ist, allerdings eben auch eher als Kompensation, als Kompensation der eigenen Impulsivität. Auch deswegen fällt es mir schwer, manchmal diese Vergleiche zu bringen. Aber ich vermute, dass auch da sich die Struktur und alles nochmal anders zeigt. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, typisch ADHS-mäßig, sag ich mal, habe ich halt auch Schwierigkeiten, Routinen aufzubauen. Aber wenn ich sie erstmal habe, dann habe ich gleichzeitig auch Schwierigkeiten, von diesen Routinen abzuweichen, was vermutlich eher weniger typisch bei ADHS ist, vermute ich. Und eher typisch autistisch, dass es mich halt wirklich komplett aus der Bahn wirft, wenn diese Strukturen nicht eingehalten werden können. Und ja, das ist halt zum Beispiel dieser innere Konflikt, den ich manchmal spüre, dass ich Schwierigkeiten habe, die Struktur aufzubauen, die ich eigentlich brauche und mir wünsche, dass ich aber auch gleichzeitig dann, wenn ich sie habe, Schwierigkeiten habe, davon abzuweichen und dann halt sehr inflexibel werden kann. Was für mich aber gleichzeitig dann auch nicht so schlimm ist, weil mir diese Routinen und Struktur einfach sehr, sehr stark helfen. Ein weiteres Ding, was ich bei mir merke, ist, dass ich diese Autismus-typischen Spezialinteressen habe und auch immer hatte. Und bei mir ist das so, dass ich eben auch sehr typisch dann auch wirklich mich nur auf eine Sache zurzeit konzentrieren möchte und kann. Das ist etwas, ich kann das auch nicht in dem Sinne selber steuern, sag ich mal. Also dieses Aufmerksamkeit nicht steuern können ist ja eigentlich auch typisch ADHS. ADHS heißt ja nicht, dass du grundsätzlich dich nicht konzentrieren kannst. Das ist ja immer so ein bisschen, der Name ist da immer so ein bisschen irreführend von dem Begriff ADHS, aber eigentlich heißt es, dass du da sehr interessengesteuert bist. Dass du dich auf das konzentrieren kannst, was dein Kopf gerade interessant findet und eben nicht auf das, was dein Kopf nicht interessant findet. Das ist bei mir auch sehr, sehr stark ausgeprägt. Gleichzeitig ist es bei Autismus aber eben auch typisch, also bei Autismus typisch, ein Spezialinteresse zu haben, womit du dich super viel beschäftigst und auch da eben nicht deinen Fokus auf was anderes lenken kannst. Dass du das auch nicht wirklich steuern kannst, sondern der Kopf sagt, boah, ich möchte mich jetzt mit diesem Thema beschäftigen, am liebsten rund um die Uhr, die ganze Zeit, noch die ganze Zeit nur darüber reden. Also wirklich so dieses daran festbeißen, was bei ADHS häufig eher zeitlich begrenzt ist und häufig auch vielleicht dann nochmal hin und wieder auch von Ablenkung geprägt ist. Also es gibt ja diesen ADHS-Hyperfokus, der auch sehr ähnlich sein kann. Aus meiner Erfahrung sind die Zeiträume aber deutlich kürzer und bei ADHS ist halt grundsätzlich eine Ablenkbarkeit nochmal mehr da. Vielleicht weniger im Hyperfokus, aber dafür halt so generell zwischendurch, was eigentlich eher untypisch ist bei Autismus. Und bei ADHS ist es eben eher nicht so, dass du wirklich über einen langen, langen Zeitraum dich immer nur mit einer Sache beschäftigen möchtest. Das sind eher kürzere Zeiträume und das Interesse an diesen Themen lässt meistens sehr schnell nach. Und das auch eben unkontrolliert. Das ist nicht willentlich gesteuert, sondern der Kopf entscheidet einfach, okay, ich finde das jetzt nicht mehr interessant, ich will was anderes haben. Denn bei ADHS ist es ja so, wir brauchen Dopamin, wir suchen Dopamin. Wir finden etwas interessant und es gibt uns viel Dopamin, wenn wir uns damit beschäftigen. Und irgendwann lässt das nach und dann sinkt automatisch das Interesse daran. Und dann wollen wir wieder was anderes haben, was anderes interessant finden. Impulsiv vielleicht Sachen dazu kaufen, impulsiv uns irgendwie Informationen dazu beschaffen. Was halt immer wieder so, für mich ist es so, Hyperfokus lässt wieder alles nach. Hyperfokus lässt alles wieder nach. So ist es bei mir. Und bei Autismus ist es aber bei mir mehr so, oder das merke ich halt mehr bei meinen Spezialinteressen. Das sind Themen, die wirklich auch gefühlt zu meiner Identität gehören, wo ich wirklich teilweise wirklich über viele Jahre hinweg mich mit einem Thema beschäftigen möchte. Wo eben nicht das irgendwann plötzlich nachlässt, sondern es ist, es hat einen viel größeren Stellenwert für mich. Und ich kann eben auch da zwischendurch immer wieder in diesem Hyperfokus drin sein. Wobei das halt eben, wie gesagt, nicht nach ein paar Wochen oder so nachlässt. Und es nicht unbedingt darum geht, für mich, glaube ich, dieses Dopamin daraus zu kriegen, sondern es ist einfach etwas, was mir auch Halt gibt. Es ist etwas, was mir auch hilft, mit dieser chaotischen Welt umzugehen, irgendwie Sicherheit darin zu finden. Etwas, was halt eben konstant bleibt. Da merke ich eben diesen Unterschied. Ich merke zum Beispiel ein Spezialinteresse, oder mein aktuelles Spezialinteresse ist antike Philosophie. Das ist etwas, das hört nicht einfach auf bei mir. Und das möchte ich am liebsten wirklich eigentlich gerne rund um die Uhr machen. Aber dann kommt zum Beispiel manchmal ein ADHS und entwickelt so random einen Hyperfokus auf irgendein anderes Thema. Und das stresst mich dann meistens, weil ich eigentlich ja konstant mich mit meinem Spezialinteresse beschäftigen möchte. Und dann habe ich halt zwischendurch so einen ADHS-Hyperfokus auf was anderes, kann mich in der Zeit aber schlechter mit meinem Spezialinteresse beschäftigen und warte dann quasi, bis der Hyperfokus vorbei ist, um mich dann wieder mit dem Spezialinteresse beschäftigen zu können. So, das geht dann wieder eine Weile so weiter, bis dann zwischendurch immer wieder ein ADHS-Hyperfokus auf irgendwelche anderen Themen kommt, wo ich auch sehr impulsiv Geld für ausgeben kann, was manchmal auch nicht so gut ist, weil ich dann in dem Moment einfach wirklich denke, ich mache das jetzt ewig lang so weiter und dann ist es plötzlich doch nicht mehr interessant und dann liegen die Sachen doch wieder in der Ecke rum. Ja. Mein Spezialinteresse kommt aber immer wieder. Das wird zwar unterbrochen und es stresst mich total, dass ich mich damit in der Zeit nicht beschäftigen kann, aber es kommt immer wieder, während meine typischen ADHS-Hyperfokus-Themen meistens einmalig sind, weil es eben der Reiz ist meistens, dass es irgendwas Neues ist, somit ich mich noch nie beschäftigt habe, wo ich quasi komplett neu einsteigen kann. Und das ist dieser Konflikt, Spezialinteressen gegen ADHS-Hyperfokus, was ich bei mir sehr, 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 sehr stark merke. Und ich merke eben auch, dass es für mich typisch autistisch halt eigentlich wirklich das Beste ist, wenn ich mich auf ein Thema zur Zeit immer konzentrieren kann. Es fällt mir total schwer, mehrere Projekte offen zu haben, mich abwechselnd mit Dingen zu beschäftigen, hin und her zu switchen zwischen verschiedenen Themen. Und das merke ich. Und bei ADHS ist es aber, soweit ich weiß, häufig so, dass du eben diesen Wechsel auch spannend findest, dass dir das irgendwie Dopamin gibt. Dass es dir auch hilft, wenn du dich mit etwas beschäftigst, nebenbei vielleicht irgendwas anderes offen zu haben, was dir irgendwie Stimulation gibt, was dir irgendwie dadurch auch Dopamin gibt. Und Dinge, die dich vielleicht gewissermaßen ablenken, aber vielleicht reguliert ablenken. Und dass es dir hilft, eben konzentriert zu bleiben. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel bei meinen Spezialinteressen eigentlich gar nicht so habe, weil ich da nichts brauche, was mir hilft, mich zu konzentrieren. Und weil es mich total stresst, wenn irgendwas anderes um mich rum los ist. Da möchte ich wirklich nur konstant im Spezialinteresse drin sein. Und nicht irgendwas anderes um mich rum haben. Was viele auch manchmal gegenüberstellen, ist dieses Ding mit Überstimulation, beziehungsweise Overloads, Overloads, Autismus und Unterstimulation, ADHS. Aus meiner Sicht lässt sich das aber nicht mal so easy gegenüberstellen. Denn es gibt auch autistische Menschen, die auch vielleicht in manchen Bereichen eben nicht hypersensitiv, sondern hyposensitiv sind. Und da eben auch sogenannte Sensory Seeker sind. Also gewisse Reize suchen. Und genauso kann es auch bei ADHS sein, dass Dinge dich überfordern, Dinge zu viel sind. Vielleicht auch gerade viel visueller Input. Und dass du eben da auch eher sogenannter Sensory Avoider bist. Also sozusagen gewisse Reize vermeiden möchtest. Deswegen aus meiner Sicht ist das super schwer, manchmal das voneinander zu trennen, weil es einfach sehr ähnlich ist teilweise. Und soweit ich weiß, oder da möchte ich jetzt nicht so viel sagen, aber es scheint wohl so zu sein, dass bei Autismus eben häufig auch besonders stark eben diese auditive Geräuschkulisse schnell überfordernd ist, dass wir alles sehr, sehr laut hören. Ist das, oder auch diese taktile Vermeidung eher, so gewisse Reize, also gewisse taktile Reize damit schnell überfordert sind, dass zu viel für uns ist und wir da eben schnell in eine Vermeidung gehen. Dass das häufiger eher bei Autismus ist und bei ADHS ist es vielleicht tendenziell dann eher, dass dich zu viele visuelle Eindrücke dann auch schnell überfordern, weil das Ganze dich ja auch schnell, also ich sag mal so, die Ablenkung erfolgt da ja meistens auch schneller, dass das alles so irgendwie, dass du deinen Fokus auf das alles irgendwie so richtest und alles dich irgendwie so ein bisschen rausreißt. Aber das finde ich schwer zu trennen, ehrlich gesagt. Deswegen tue ich mich da super schwer, dazu sagen, wie das bei mir ist, weil ich erlebe das alles. Und ich kann nicht sagen, das eine ist typisch bei ADHS, das andere ist typisch bei Autismus, weil bei mir ist es so, ich bin sehr sensibel, was Geräusche angeht, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr sensibel, was visuellen Input angeht, sowohl was Licht betrifft, als auch einfach generell eine Umgebung mit vielen Details, weil ich dann einfach so total überfordert bin von diesem ganzen visuellen Input und mich das einfach total stresst. Und ich bin auch, was das Taktile angeht, extrem empfindlich, extrem hypersensibel sozusagen, dass ich da einfach mit vielen Dingen Schwierigkeiten habe. Gleichzeitig ist es bei mir aber auch so, dass ich gewisse Reize eben auch suche, dass ich gewisse weiche Sachen gerne anfasse oder an gewissen Sachen auch gerne mal rieche. Und das heißt, bei mir ist dieses Sensory Seeking und Sensory Avoiding beides irgendwie da, tendenziell eher das Sensory Avoiding. Aber ich kann jetzt nicht sagen, das eine ist typisch Autismus, das andere ist typisch ADHS, weil es sind nun mal beides halt auch nochmal Spektren. Und das lässt sich nicht so sagen. Grundsätzlich ist es so, laut Diagnose-Kriterien, dass diese sensorischen Sachen sind ein Kriterium bei Autismus, aber nicht bei ADHS. Trotzdem ist es nun mal so, dass ich das von vielen Menschen mit ADHS höre und das auch eigentlich so der aktuelle Stand ist, dass eben Menschen mit ADHS grundsätzlich auch eine gewisse Reizoffenheit haben. Ich weiß nicht genau, inwiefern es bei ADHS auch ein Thema ist, so gewisse krasse sensorische Probleme zu haben, so zum Beispiel einen gewissen Stoff gar nicht anfassen zu können oder irgendwas einfach überhaupt nicht riechen zu können, ohne irgendwie gefühlt fast einen Meltdown zu bekommen. Das ist ja häufig so ein Ding bei Autismus. Ich weiß bei ADHS nicht genau, ob das wirklich da auch ein Thema ist oder ob es einfach wirklich diese insgesamte Reizoffenheit ist, eben auch was, wo es eben auch um das Thema Ablenkung viel geht, dass viele Reize einfach auf mich einpasseln, mich immer wieder ablenken, immer wieder rausreißen und ich deswegen gestresst bin. Das ist schwer zu sagen und deswegen möchte ich da auch gar nicht so viel zu sagen, aber ich kann nur sagen, ich erfahre das alles. Ich erfahre das auf jeden Fall alles. Ein weiteres Thema, was auch viele auch oft gegenüberstellen, ist das Thema Ordnung versus Chaos. Dass viele sagen, ja, meine autistische Seite liebt Ordnung, braucht Ordnung und möchte alles irgendwie am selben Platz haben, möchte genau wissen, wo ist was und möchte eben nicht zu viel Input bekommen und nicht überfordert sein. Und meine ADHS-Seite wiederum tut sich schwer, Ordnung zu halten, hat vielleicht auch nicht so die Probleme mit Chaos oder mag vielleicht sogar manchmal auch Chaos. Und ja, das kann ich so vom Ding her nicht sagen, weil auch das ist eher wieder so, aus meiner Sicht häufig kann es eben auch allgemein exekutive Dysfunktion sein. Es kann auch sein, dass ein Mensch nur autistisch ist und trotzdem Schwierigkeiten hat, Ordnung zu halten, weil viele Sachen Energie kosten und einfach die Energie dafür fehlen kann, Ordnung zu halten. Deswegen fällt mir das schwer, das so gegenüberzustellen. Denn es kann auch Menschen mit ADHS geben, die vielleicht sogar ganz gut Ordnung halten können, aber vielleicht eben tendenziell eher immer wieder Sachen verlieren oder Sachen dann doch immer wieder in den falschen Ort packen und nicht mehr wissen, wo sie es hingetan haben. Deswegen, es kann auch sein, dass ein Mensch mit ADHS einfach besonders gut Ordnung hält, um eben das Ganze zu kompensieren. Also, ich merke übrigens diese Video-Ideen, die ich am Anfang gesagt habe, ich vermische das hier trotzdem schon die ganze Zeit, ich kann es einfach nicht anders, es tut mir leid. Auch einfach, um mich so ein bisschen vielleicht zu erklären, wie ich das empfinde, brauche ich das irgendwie so ein bisschen. Ich hoffe, es wird nicht zu alt durcheinander für euch. Sonst stellt gerne jederzeit Fragen in den Kommentaren, ich gehe darauf ein. Aber so, das Ding ist, ein Mensch mit ADHS kann auch tendenziell sehr ordentlich sein als Kompensation des Ganzen. Weil ich vielleicht erfahre, ich verliere immer wieder Sachen oder mein Chaos stresst mich die ganze Zeit und es stresst mich, wenn ich wieder zu viel Unordnung habe und es nicht mehr schaffe, aufzuräumen. So, das kann halt auch eine starke Überkompensation bei ADHS sein. Deswegen ist das auch unbedingt nicht immer so leicht zu sagen. Wo ich denke, wo ich bei mir Autismus und ADHS vielleicht ganz gut auseinanderhalten kann, sind auch häufig so soziale Dinge. Denn ein großer Punkt bei Autismus ist ja eben auch die soziale Interaktion. Und auch da gibt es Sachen, wo prinzipiell die Kriterien für ADHS und Autismus sehr unterschiedlich sind, wo sich aber in der Realität vieles doch sehr ähnlich zeigen kann. Wo aber die Ursachen einfach sehr unterschiedlich sind. Und zwar merke ich, das denke ich ist bei mir eben typisch autistisch oder war bei mir immer typisch autistisch, dass ich in der Kindheit zum Beispiel eher wenig Interesse an anderen Kindern hatte. Dass ich Schwierigkeiten hatte, mich auf neue Menschen irgendwie so einzulassen, beziehungsweise dass ich einfach auch Schwierigkeiten hatte zu überlegen, okay, wie rede ich jetzt mit den Menschen? Wie muss ich jetzt interagieren? Wie verhalte ich mich überhaupt richtig? Dass ich da sehr schnell überfordert war? Dass ich keinen wirklichen Blickkontakt gehalten habe als Kind? Dass ich angeblich immer super ernst geguckt habe und nicht so viel Mimik gezeigt habe? Dass ich nicht so die Interessen geteilt habe, die andere Kinder häufig hatten? Also ich glaube, in der frühen Kindheit war das noch nicht so stark. Das hat sich halt besonders in der Jugend dann sehr stark gezeigt, dass viele eben Interessen entwickelt haben wie das Thema Kleidung, was wenn es um Thema ausgehen, Partys ging, auch so Körpersachen wie sich rasieren, sich schminken und solche Sachen, was für mich einfach alles nur interessant war, was für mich einfach überhaupt kein Thema war, während ich mich immer mit ganz anderen Dingen beschäftigen wollte. Auch das, das muss jetzt nicht heißen, dass ein Mensch autistisch ist, aber das kommt bei autistischen Menschen halt durchaus häufig vor, dass Interessen eben grundsätzlich anders sind, dass die Entwicklung einfach zum Teil anders abläuft, so vielleicht auch teilweise auch einfach ein bisschen verzögert abläuft, dass die Themen vielleicht erst später interessant werden. Das ist so bei mir, was ich sagen würde, das war schon sehr, eher so bei mir, meine eher autistische Seite, sage ich mal so, dass ich einfach grundsätzlich nicht wusste, wie ich mich verhalten soll, dass ich auch einfach nicht Interesse daran hatte, mit vielen Menschen an einem Ort zu sein. So, ich wollte am liebsten vielleicht maximal mit ein, zwei Menschen zur Zeit mich mal unterhalten und was machen, aber nicht mit mehreren. Ich fand halt viele Themen oder auch Gegenstände häufig viel interessanter als meine Mitmenschen, was eben auch eher so typisch autistisch ist. Und bei ADHS ist es wiederum so, auch da kann man, kann das Sozialverhalten ganz anders sein, aber gerade so, was soziale Regeln zum Beispiel angeht, ist es halt in der Regel eher so, dass einfach durch eine Impulsivität oder Unaufmerksamkeit angeeckt wird. Also, dass gewisse Regeln vielleicht nicht befolgt werden, weil ich sie vielleicht gar nicht mitbekommen habe, weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich nicht zugehört habe oder weil ich eben impulsiv bin oder irgendwie anders halt bei anderen Leuten anecke, was aber eben einen anderen Grund hat, als einfach grundsätzlich das intuitiv nicht verstehen zu können oder irgendwie da nicht zu verstehen, was bedeuten jetzt die nonverbalen Signale des Menschen, was sagt mir die Körpersprache, was sagt mir die Mimik. Das ist eben schon typisch autistisch und nicht typisch für ADHS. Und bei ADHS kann es halt eben auch sehr gut sein, dass ein Mensch auch sehr, sehr gerne unter vielen Menschen ist, kann übrigens auch theoretisch bei Autismus sein, es gibt auch extrovertierte Autistinnen, aber trotzdem sind da einfach auch diese Schwierigkeiten soziale Regeln zu erfassen, Schwierigkeiten mit Mimik, mit nonverbaler Körpersprache oder dass ich eben auch meine Mimik und so anders einsetze als nicht-autistische Menschen und deswegen halt Dinge, ja, Dinge auffällig erscheinen und bei ADHS ist das, soweit ich weiß, eben eher nicht so ein Ding. Da sind, wie gesagt, die sozialen Schwierigkeiten eben eher auf Unaufmerksamkeit und Impulsivität oder auch Hyperaktivität zurückzuführen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, so, okay, ich weiß, ich bin mir unsicher, ich möchte da vielleicht irgendwie in die Diagnostik gehen, aber möchte ich mir vorher noch Gedanken machen, dann könntest du halt überlegen, die Sachen, die du bei dir merkst, feststellst. Was sind wirklich die Ursachen? Ist es, dass du Dinge einfach wirklich so nicht verstehst, dass du das Gefühl hast, alle haben irgendwie ein Regelwerk in ihrem Kopf und du hast das irgendwie nicht implementiert bekommen, so nach dem Motto? Oder ist es mehr so, ja, dass du vielleicht einfach manchmal nicht mitbekommst, was andere gesagt haben, vielleicht einfach ein bisschen verträumt warst in deiner eigenen Welt und deswegen irgendwie gerade nicht weißt, was überhaupt gerade um dich herum los ist, was Leute von dir erwarten oder dass du irgendwie Leute viel unterbrichst, weil du irgendwie impulsiv bist und Leute deswegen vielleicht Schwierigkeiten mit dir haben oder so. Das würde sich halt lohnen, so ein bisschen zu überlegen. Vielleicht kann ja auch beides der Fall sein. So bei mir war auf jeden Fall immer beides der Fall. Ich war ja auch immer, so hatte schon noch dieses viel Verträumte, gerade so in der Kindheit, Jugend war viel in meiner eigenen Welt und habe viel halt auch durchaus mal nicht mitbekommen. Bei mir war halt durchaus beides definitiv der Fall, wobei dieses impulsive, hyperaktive bei mir eigentlich in der Kindheit, Jugend so gar nicht da war. Das ist eher später so ein bisschen durchgekommen beziehungsweise gerade so die Hyperaktivität war dann bei mir, was auch ganz, ganz häufig ist, eben eher so im Kopf und nicht so nach außen hin. Dann das Thema Stimming ist für mich auch wieder etwas schwierig, weil grundsätzlich heißt es, Stimming findet sowohl bei Autismus als auch bei ADHS statt. Was ich so wahrnehme, ist, dass es doch häufig aber trotzdem auch irgendwie unterschiedlich ist und unter anderem auch aus unterschiedlichen Gründen geschieht. Aber auch hier bin ich nicht hundertprozentig sicher, denn grundsätzlich heißt es häufig, dass das bei Autismus eben häufig eher ist, um sich zu regulieren, mit negativen Emotionen umzugehen oder mit irgendwelchen Veränderungen umzugehen. Einfach so, um sich zu beruhigen, um irgendwie zu verarbeiten, auch um die ganzen Reize, die auf dich einpassen, zu verarbeiten. Also ich stimme ja sehr, sehr viel, also rumschaukeln, was auch eher häufig eben so Autismus zugeordnet wird. Oder ja, ich habe immer ein Fidget-Toy oder irgendwas in der Hand. Ich kaue auch gerne auf Sachen. Ich betreibe auch manchmal Vokale-Stimming. und das sind Sachen, da haben Menschen häufig eher Autismus im Kopf, aber es kann durchaus auch teilweise ein Ding bei ADHS sein. Und das heißt eben häufig, dass es bei ADHS häufig eher aus einer motorischen Unruhe ist, so, dass ich einfach so was zu tun brauche, dass ich zum Beispiel auf einem Stift die ganze Zeit klickere, weil ich irgendwie eine gewisse Unruhe habe mit dem Beinwackel zum Beispiel oder einfach etwas brauche, um mich vielleicht besser konzentrieren zu können, um diese Unruhe, diese Ablenkbarkeit irgendwie auf etwas projizieren zu können, sodass ich mich meinen Hauptfokus woanders drauf richten kann. Ich habe auf jeden Fall beides. So, bei mir ist halt beides das Ding. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, ob man diese Trennung wirklich so gut machen kann. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, weil ich das Gefühl habe, dass auch Menschen mit ADHS durchaus auch Stimming nutzen, um sich auch zu regulieren. Und deswegen, ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich erlebe beides. Ich könnte es nachvollziehen, wenn beides diese unterschiedlichen Ursachen hat. Aber ich wage es tatsächlich so ein bisschen zu bezweifeln, ob das wirklich so diese krasse Trennung wirklich hat. Und es gibt ja auch so dieses Ding bei ADHS, Thema Unpünktlichkeit und Termine vergessen zum Beispiel. Das ist auch etwas, was ich manchmal auch in Übersichten sehe von Leuten, die eben zeigen, wie es sich bei ihnen äußert, dass sie halt einerseits typisch Autismus pünktlich sein wollen. Da wirklich sehr, sehr stark drauf achten. Also dieses Bedürfnis haben, so ich habe dann einen Termin, dann habe ich halt eben auch dann da zu sein. Ich weiß nicht, ich bin da strukturiert, ich habe einen Plan im Kopf, ich skripte vorher alles und bin dann genau dann da und es hat gefälligst so abzulaufen, wie ich mir das geplant habe. Und wenn irgendwas abweicht, dann stresst es mich komplett und kann wirklich extrem viel in mir auslösen und komplett, ich kann komplett in dem Moment den Halt unter den Füßen verlieren. Das ist so etwas wie, wie sich das bei Autismus häufig eher zeigt, wo viele das auch so darstellen. Aber bei ADHS dann wiederum eher, ja, ich vergesse vielleicht, dass ich überhaupt den Termin hatte. Ich habe kein Zeitmanagement, also kein gutes Zeitmanagement beziehungsweise einfach kein gutes Gefühl für Zeit und plane daher meine Zeit so ein, wie es eigentlich in der Realität dann gar nicht passt und brauche deswegen viel zu lange zum Beispiel und bin deswegen zu spät oder werde zwischendurch vielleicht noch von irgendwas abgelenkt und habe einfach generell diese Schwierigkeit, gewisse Aufgaben so durchzuführen, wie ich sie plane, sondern sehe vielleicht was, mache dann da nochmal was, dann mache ich hier nochmal was und dann habe ich schon wieder überhaupt kein Gefühl mehr, wo bin ich überhaupt gerade so, was mache ich mit meiner Zeit und auf einmal ist es schon viel zu spät. So, solche Sachen. Auch da muss ich sagen, kenne ich beides, aber auch da denke ich so, das ist bei mir zumindest auch so, vermute ich, dass ich eben dabei auch sehr in die Überkompensation gehe, was ADHS angeht. Also ich merke zum Beispiel, dass Termine mich grundsätzlich sehr stark stressen, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich in einen konstanten Stressmodus setzen, um Termine nicht zu vergessen und um mich gut drauf einstellen zu können, um meine Zeitplanung immer wieder zu überlegen. Also immer wieder zu überlegen, okay, bin ich noch in der Zeit? Bin ich noch in der Zeit? Passt das noch? So, das heißt, ich komme eigentlich super selten zu spät. Ich bin eher zu früh. Das kann aber eben, also das muss ich unbedingt auf Autismus dann hindeuten, aber das kann halt eben auch einfach eine Überkompensation sein bei ADHS, weil ich die Erfahrung gemacht habe, immer zu spät zu kommen, vielleicht Ärger dafür bekommen habe und deswegen eben alles dafür gebe, um es eben nicht zu spät zu kommen. Und da ist vielleicht die Frage, so stresst du dich so sehr, weil du irgendwie Angst hast, zu spät zu kommen, also weil du einfach die Erfahrung gemacht hast, dass das immer wieder der Fall ist und weil du das Gefühl hast, du vergisst deinen Termin, wenn du dich nicht stresst zum Beispiel oder es ist wirklich so, du hast es einfach im Kopf, das ist gesetzt und es würde dich einfach stressen, davon abzuweichen, weil du diese Vorhersehbarkeit brauchst und weil du wissen möchtest, was auf dich zukommt, weil du genau einen Plan in deinem Kopf hast, wie alles explizit ablaufen wird und du hast genau einen Plan, wann du in der Vorbereitung zu Hause, wann was wie machst. Bei mir ist halt auch wieder beides der Fall. So, ich gehe in meinem Kopf vorher immer alles ganz genau durch und nicht nur einmal, einige Male und überlege genau, wie wird der Termin ablaufen, was erwartet mich da, worauf muss ich mich einstellen, wie reagiere ich, in welcher Situation. Gleichzeitig stresse ich mich aber auch total, weil ich Angst habe, etwas zu vergessen oder irgendwie zu spät zu kommen, die Zeit nicht richtig im Blick zu behalten, weil ich die Erfahrung damit eben auch schon gemacht habe und es kann natürlich sein, dass diese Überkompensation halt eben bei der Kombination mit Autismus einfach nochmal stärker ist, weil es mich ja selber dann extrem stresst, wenn ich zu spät komme und wenn etwas nicht klappt, was bei ADHS alleine vielleicht nicht so stark sein muss oder wo eben diese Überkompensation vielleicht auch eher durch die Reaktion vom Umfeld ausgelöst wird. So, ein letzter Punkt, den ich jetzt noch habe, ist das Thema, wie reagiert man auf Stress, wie zum Beispiel ein plötzlicher Terminausfall. Ja, für mich ist das großer Stress häufig und da ist vielleicht die Frage, okay, also löst es eher, löst es halt, löst es wirklich großen Stress aus, der mich dazu bringt, dass ich mich zurückziehen muss, dass mir alles zu viel wird, dass ich vielleicht total blockiert bin, dass ich vielleicht sogar total, ja, einen Gefühlsausbruch bekomme, vielleicht sogar im Worst Case sowas wie ein Meltdown, Shutdown und überfordert mich das total und ich verliere total den Halt, weil ich mich eigentlich daran orientiert habe und plötzlich bricht das weg oder ist es vielleicht so, dass mich das eher so pusht, dass mir das Energie gibt, wie zum Beispiel auch eine Deadline, das ist ja auch typisch bei ADHS, dass häufig etwas auf den letzten Drücker gemacht wird, weil dann so richtig durch den Stress das Dopamin nochmal so rauskauen wird, sag ich mal und ich in kürzester Zeit richtig viel schaffen kann und eben auch bei anderen Stresssituationen vielleicht eher so voll gut funktionieren kann in der Situation, voll gut weiß, was ich tun kann, vielleicht auch in Gefahrensituationen total gut handeln kann. So, ich würde persönlich so sagen, dass sich da vielleicht auch beides sehr gut voneinander differenzieren lässt. So, bei Autismus ist halt häufig eher das Problem da, wenn eben, wie gesagt, eine Vorhersehbarkeit plötzlich wegbricht, Termine plötzlich verlegt werden, zum Beispiel, worauf ich mich vielleicht schon eingestellt habe und dass mich das eher wirklich so stresst, dass ich eben, ja, überfordert bin, dass ich denke, oh nein, Hilfe, was passiert jetzt? Und bei ADHS ist das tendenziell eher nicht ein Ding, dass ich da eben eher, weiß ich nicht, vielleicht sogar irgendwie was draus ziehen kann und irgendwie durch einen Stress-Input eben vielleicht sogar auch manchmal ganz gut funktionieren kann. Vielleicht sogar besser als ohne den Stress, wo ich manchmal denke so, ja, ich weiß schon, warum ich mich manchmal selber unter Stress gesetzt habe, um halt in manchen Situationen gut handeln zu können. Und ich zum Beispiel erlebe halt auf jeden Fall beides. Ich erlebe sehr gut beides, wobei bei mir gar nicht so stark dieses typische ADHS-Phänomen ist, dass ich halt so eine Deadline brauche und so auf den letzten Drücker dann auch arbeiten kann. Da ist es bei mir tatsächlich eher so, dass mich das stresst und blockiert und ich dann eigentlich gar nichts mehr machen kann. Aber ich erlebe es durchaus, dass ich da manchmal so einen Push bekomme in manchen Situationen und Dinge schaffe, die ich sonst vielleicht gar nicht schaffen würde. Aber ich erlebe es eben halt auch sehr, sehr häufig, dass so Dinge wie plötzliche Veränderungen bei Abläufen eben, wie gesagt, mich sehr stark blockieren, mich sehr stark überfordern und ich da vielleicht auch anfange zu weinen, weil mir das einfach Halt und Sicherheit genommen hat. Ja, das sind jetzt so grob die Sachen gewesen, die ich jetzt so im Kopf hatte. Mich würde total interessieren, wie ist das bei euch? Konnte euch das irgendwie helfen oder eher nicht? Ich möchte auch nochmal sagen, diese Sachen, es geht bei Autismus und bei ADHS immer um die Kombination von verschiedenen Eigenschaften, von verschiedenen Traits und es kann total sein, dass Menschen, die nicht autistisch sind oder kein ADHS haben, ein paar von den Punkten, die ich genannt habe, vielleicht manchmal auch von sich kennen oder das auch manchmal erleben. Es geht einerseits bei Autismus und ADHS eben um die Kombination von diesen ganzen Punkten und aber auch um das Ausmaß, dass es eben wirklich auch sich häufig so zeigt, dass es eben nicht nur gelegentlich vielleicht ist, sondern wirklich einen Einfluss auf das Leben hat und gegebenenfalls halt eben auch zu wirklichen Schwierigkeiten auch führen kann und deswegen, nur weil ihr ein paar Sachen davon kennt, muss es natürlich nicht heißen, dass ihr autistisch seid oder ADHS habt. So, das ist keine, sollte jetzt keine Richtlinie sein für Diagnostik oder so, sondern einfach so wirklich, wie ist meine Erfahrung und wie zeigt sich das bei mir. Okay. Ja, schreibt gerne in eure Kommentare, was euch dazu so in den Sinn kommt. Es tut mir leid, dass das Video vielleicht doch ein bisschen unstrukturiert geworden ist. Ich kann es manchmal leider nicht wirklich besser, weil wenn ich mir das vorher überlege und vorher skripte, dann dauert das sehr viel mehr Zeit und dann stresst es mich halt auch eher, wenn es vielleicht nicht so wird, wie ich es mir vorstelle. Deswegen mache ich das dann manchmal doch eher so ein bisschen impulsiv. Ja. Genau, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss.